Matthias Malmedy. PS-starke Autos gewöhnt, aber mehr als 400, das ist auch für ihn Neuland. Jetzt will Matthias das schwarze Monster bändigen. Matthias peilt Topspeed an, doch nach knapp 20 Minuten nimmt die Fahrt ein jähes Ende. So, also das war dann jetzt wohl ein Reifenplatz, aber 250 hinten rechts und das hat so was von einen krassen Schlag gegeben. Ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, die 400, die kann der Fahrt mal schön alleine fahren. Und das Ding setze ich mir nicht nochmal rein.